Wir sind schon 1 Tag eingestanden und genau 1 Minute in der Wehe. Stefan möchte einen kleinen, großen Pause, in dem Sinne, dass er nicht besitzt, nachs Duschen gegangen und komm mal gucken, was ihr seht. Wie ein Dröbers, Stefan? Hallo, was soll ich tun? Gut? Hat man 2 Stunden schlafen, 3 Stunden pausen, 2 Stunden schlafen, wir lassen sie fehlen. Lassen sie fehlen? Ja, wir wollen erst da schon unterwegs sein. Das ist Schlimmer, ja. Scheiß Umlegungen. Wir sind 50 Kilometer mehr, wie wir sollen. Wir haben viel Zeit verloren. Ja, wir gehen auch nach Experten nach dem Navigieren. Ja, ich muss sich aber im Velo umdrehen und nicht mehr im Velo fahren. Merci. Und zu viel Bier, ja. Viel Bier, ja, das ist gut. Aber letztens habe ich nicht mehr Bier-Job. Was sind die Beine? Das ist gut. Ich habe eine gute Knie dabei, hat die Georges Demästert. Georges, was sind die Beine? Das ist gut. Die Knie hat ja zu Schussballer-Bee gebracht, wie das er mir nicht gefallen hat. Das ist schlimm. Patrick, wie gesagt, jetzt drei Mal noch Zeit. Wir liegen ganz gut an der Zeit. Wir sind zu Gür schon besser. Wir haben 5,5 Kilometer, wir hätten eine Menge, aber 400 Kilometer müssen gemäht. Und das ist mir wirklich ganz gut an der Zeit. Gut. Ich will auch gerade gut Gürschen, dann gehen wir auch noch Gürschen und dann sind wir auch noch ein neuer Mensch. Gut, an Gianni. Oh, Gianni. Oh, Gianni. Oh, Gianni. Oh, Gianni. Am nächsten Kachen. Und du, Mike. Ja, ja, ich will schon gut Gürschen und dann noch Gürschen. Genau Zeit, das muss noch Gürschen kommen. Ja, ja. Das ist gut. Na ja, dann tun wir alle gut und dann denke ich an. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Abis. Abis, wir…